Guckt euch das an. Sogar das Auto geht. Das hier ist meine Gegend. Wollen die auch wieder zumachen? Oh, hier sind Überlebende. Sehr gesprächig sind sie aber nicht. Im Küche und dieses Teil haben sie auch länger gefressen oder so. So aus dem Weg. Okay, ich glaube ich muss den Typ hier einmal ansprechen. Okay, jetzt bin ich mit in der Gliederschaft oder so. Und halt mir den Rücken frei. Ja dann komm mal mit. Okay. Okay, kommt nicht gut. Dann würde ich so sagen... Wollen wir mal mal los jetzt, ne? Mach die Tür zu, ne? Du sollst die Tür zu machen. Nehmen wir mal das heile Auto. Da ist so. Da ist so eine Mumie auf der Karte. Oh shit. Da ist so. Okay, hier sollten wir gleich lupen gehen. Oh nein, wir gehen erst mal zur Tankstelle. Obst das Turbulat. Obst das Turbulat. Das hier ist krass. Das ist sehr krass. Da ist so, dass wir die Karte belegen. Wollen wir mal kurz mal an den Karte kommen gehen. Oh! 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 Don't get me wrong.